Bevor das Video startet, hier eine kleine Information für euch. Also erst einmal lob an euch, dass ihr mir wirklich so viele Fragen mit dem Hashtag FragMalk stellt, was ich echt toll finde. Ich empfehle euch wirklich das Fragendokument in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nachlesen, ob eure Frage nicht schon vorher von jemand anderes gestellt und von mir beantwortet wurde. Ich lese des Öfteren immer wieder Fragen, die ich vor Monaten bereits beantwortet habe. Nur für euch habe ich damals dieses Dokument erstellt. Also nehmt euch ein paar Minuten Zeit und lest euch das Dokument durch. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die nächste Fragerunde steht uns wieder mal bevor, doch jetzt geht es erst einmal zur Ernennung des Formel 1 Fans der Woche. Das ist dieses Mal der Let's Play Michi84. Er hat mir folgenden Text geschickt. Hi Mike, du bist ein cooler YouTuber. Ich gucke deine Videos seit Mitte 2019 und ich bin ein mega Motorsport Fan. Vor allem GT3, GT4, TCR, Formel 4, Formel 3, Formel 2 und noch viel mehr die Formel 1. Ich bin zwar erst 13, aber Formel 1 Fan seit 2011. Ich war ein riesen Vettel und Red Bull Fan. Jetzt bin ich Fan von Carlos Sainz, Alex Albon, Max Verstappen, Charles Leclerc und Lennon Norris. Hier kommen 5 Bilder. Oh und nicht zu vergessen, ich habe noch ein Ferrari T-Shirt, welches bei mir zu Hause leider gerade in der Buschmaschine ist. So, aber jetzt die 5 Bilder. Alle meine Formel 1 Jahrbücher, alle meine Formel 1 Games, meine Tickets für das Formel 1 Rennen in Ungarn 2018, Red Bull Bettbezug und Rossi T-Shirt, Motorsportkappen plus Poster vom Iron Force 9-11 GT3 R. Danke schön für die Bilder und wenn du auch mal Formel 1 Fan der Woche bei mir werden möchtest, dann schick mir mindestens 4 hochauflösende Bilder von deiner Formel 1 Sammlung auf meinen Discord. Einen kleinen Text als Privatnachricht, warum du Formel 1 Fan bist und was du für eine Sammlung hast. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1 kommt von Mitz Lums. Hashtag Frag Mike. Gibt es eigentlich verbotene Startnummern wie zum Beispiel die 88 oder 18, die auf deutschen Kennzeichen verboten sind? Robert Kubica fuhr 2019 Mitte 88 und Lance Stroll Mitte 18 und diese werden sie auch 2020 auf dem Boliden haben. Die einzige Nummer, die nicht mehr auf dem Boliden zu sehen ist, ist die 17 wegen dem Tod von Je Bianchi 2015. Frage 2 kommt von Le Cram Marcello. Hashtag Frag Mike. Wie wird entschieden, wie viele Runden ein Formel 1 Grand Prix dauert? Das liegt an der 2-Stunden-Marke, die die 4 als Regel festgesetzt hat. Frage 3 kommt von Alex123. Hashtag Frag Mike. Warum kommen immer Flammen aus dem Auspuff eines Formel 2-Ausers, obwohl der Motor nicht kaputt ist? Folgenden Text habe ich bei Reddit gefunden. Was man aus dem Auspuff-Spucken sieht, ist buchstäblich verschwendete Energie in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz. Ein wenig zusätzlicher Kraftstoff beim Herunterschalten kann dazu beitragen, dass die heißen Ventil- und Kolbenböden abkühlen, wodurch die Möglichkeit einer Detonation verringert wird. Von daher kommt es zu einem Flammenausstoß. Frage 4 kommt von Daniel Müller. Hashtag Frag Mike. Ist es erlaubt aufzugeben, um das Auto zu schonen? Ich meine damit, dass man kurz vor Rennende am Ende des Feldes ist und keine Chance mehr hat, an die Punkte zu gelangen. Dagegen spricht nichts. Das kann man ruhig machen. Frage 5 kommt von DrecksteppenHD. Hashtag Frag Mike. Kann man nach Rennende, wenn man mit einem anderen Auto kollidiert, eine Strafe bekommen? Ja, dadurch kann man nicht nur Strafen, sondern auch Strafpunkte erhalten. Mir fällt da der Crash 2017 in der Auslaufurne von Malaysia zwischen Sebastian Vettel und Lance Stroll ein, wo es zwar keine Strafen gab, aber dennoch als Rennunfall gewertet wurde. Frage 6 kommt von McLaren Senna. Hashtag Frag Mike. Wie sieht es mit dem Italien Grand Prix aus, denn aktuell ist Italien das meistbetroffenste europäische Land mit Corona-Fällen. Werden diese abgesagt oder werden strenge Maßnahmen gelten? PS, bist der Beste, mach weiter so. Dankeschön fürs Kompliment. Da Italien den Norden des Landes unter Quarantäne gesetzt hat und das auch sicher noch eine Zeit lang so bleiben wird, besteht sicher die Gefahr einer Absage. Denn Monza liegt im Norden Italiens in der Nähe von Mailand. Frage 7 kommt von Mim Rari. Hashtag Frag Mike. Was ist das, was 50% des Mindestgewichts der Boliden wäre, eine technische Komplexität bzw. erhöhte Zuverlässigkeitsprobleme sowie eine Neigung zum Untersteuern? In der WEC ist der Allradantrieb erlaubt. Falls ihr euch jetzt fragt, ob es den Allradantrieb jemals in der Formel 1 gab, ja allerdings. Der Ferguson P99 Climax aus dem Jahre 1961 war nicht nur das erste allradangetriebene Auto, sondern auch das letzte Auto mit einem Frontmotor. Weitere Modelle waren der BRM P67 aus dem Jahre 1964. 1969 testeten diese vier Teams den Allradantrieb. Der letzte allradangetriebene Bolide war 1971 der Lotus 56B. Frage 8 kommt von Lusken. Hashtag Frag Mike. Muss der Fahrer seinen Helm an die Hauptfarbe des Teams anpassen, in Klammern zum Beispiel Red Bull Blau, PS bester Formel 1 YouTuber und Streamer? Dankeschön fürs Kompliment. Nein, das ist jedem Fahrer selber überlassen, wie er seinen Helm gestaltet. Übrigens darf jeder Fahrer ab dieser Saison seinen Helm wieder zwischen den Rennen so verändern, wie er es gerne haben möchte. Frage 9 kommt von Lifestyle Kuchen Fan Ultra. Hashtag Frag Mike. Wer ist eigentlich für die Planung der jeweiligen DRS-Zonen verantwortlich bzw. wer entscheidet, wie lange und wie diese platziert werden? PS meiner Meinung nach sollte bei jeder längeren Gerade eine DRS-Zone sein, zum Beispiel in Bahrain eine vierte auf der letzten Geraden vor der Zielgeraden. Die 4 ist sowohl für die DRS-Zone, deren Länge und deren Position verantwortlich. Nur vier DRS-Zonen wird es nicht geben, auch nicht in Bahrain, obwohl sich ja quasi die lange Gerade dafür anbietet. Frage 10 kommt von DMRF1. Hashtag Frag Mike. Gab es schon mal ein Rennen, bei dem es geschneit hatte? Nein, bisher noch nicht, aber 2005 sowie 2018 hat es während der Frühjahrestest in Spanien mal geschneit. Das einzige Rennen, wo es geschneit hatte, war Spa 2019 in der WEC. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag Frag Mike nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.